13,2 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung ist Polkadot die zwölftgrößte Blockchain der Welt. Wer hinter Polkadot steckt, wie die Blockchain funktioniert, was für Wallets es gibt, was für Use Cases es gibt, sowie was jetzt die interessantesten Neuerungen bei Polkadot 2.0 sein werden, schauen wir uns heute ein Video an, warum das Ganze vielleicht besser als Ethereum oder Solana sein könnte und werden uns natürlich auch nochmal den Polkadot Chart etwas genauer anschauen. All das im heutigen Video, wenn es euch gefällt, gerne nochmal ein Like und ein Kommentar auf dieses Video raushauen und sonst würde ich sagen, starten wir jetzt auch sofort schon in die Polkadot Vorstellung rein. Polkadot steht aktuell bei 10,29 Dollar und hat eine Marktkapitalisierung von 13,2 Milliarden US-Dollar. Es gibt ein Umlaufvermögen von 1,29 Milliarden DOT, diese sind nicht auf eine feste Anzahl maximiert, das heißt, es können immer wieder neue DOT-Tokens entstehen, es wird eine Inflation von knapp 10% pro Jahr angesteuert, aber auch hier ändert sich nachher nochmal was, wo wir nachher im News-Part nochmal drüber sprechen, bezüglich eines Burn-Mechanismus. Jetzt aber erstmal dazu, wer hat überhaupt Polkadot gegründet? Polkadot ist das Flagship der Web3 Foundation, eine Schweizer Organisation, die an Open-Source dezentralisierten Web3-Applikationen arbeitet, das heißt an dezentralisierten Plattformen, die sich eben selbst verwalten langfristig gesehen und keine dritte zentralisierte Partei benötigen. Wahrscheinlich der bekannteste der Founder ist Gavin Wood. Er ist Co-Founder von Ethereum und hat die Smart Contract Coding Language Solidity, auf der auch Ethereum beruht, gegründet bzw. erschaffen und deswegen kennen ihn sehr, sehr viele, da hat er natürlich ein sehr großes Aufsehen erregt und wie gesagt, er ist auch der Präsident der Web3 Foundation. Jetzt auch vielleicht erstmal dazu, was ist Polkadot überhaupt? Polkadot ist eine Layer-Null-Blockchain, das heißt, sie läuft komplett autark und nicht auf einer anderen Blockchain on top sozusagen, sondern eher das Gegenteil. Das langfristige Ziel von Polkadot ist im Endeffekt eine Multi-Chain-Plattform zu sein, das bedeutet, mehrere Blockchains miteinander zu verbinden und ein sich selbst verwaltendes, webbasiertes Ecosystem aufzubauen bzw. nicht webbasiertes, sondern blockchainbasiertes Ecosystem aufzubauen, das eben wie gesagt gerade schon sich selbst verwaltet und vielen kleineren Projekten ermöglicht, die Polkadot-Blockchain als Grundbasis zu nehmen und das Ganze schauen wir uns jetzt mal etwas genauer hier an. Ganz grundsätzlich ist zu sagen, dass die Relay-Chain das Herzstück der Polkadot-Blockchain ist, sie ist sozusagen die Layer-Null, auf der alle Transaktionen und Änderungen in den Smart Contracts dann wirklich validiert werden und über diese dann auch die Cross-Chain-Interoperatability sozusagen stattfinden soll, das heißt, dass mehrere Blockchains miteinander verknüpft werden sollen. Das funktioniert dann aber auch nicht direkt auf der Relay-Chain, sondern später auf den Bridges. Als allererstes schauen wir uns jetzt aber vielleicht mal das Wichtigste in der Polkadot-Blockchain nach der Relay-Chain an und zwar die Parachains, die sind sozusagen eigenständige Blockchain-Projekte, die ihre eigenständige Blockchain haben und eigenständige Tokens, eigenständige Funktionalitäten und so weiter und so fort haben, aber eben die Rechenleistung dann von der Relay-Chain, also von der Polkadot-Blockchain nutzen und sozusagen hier nicht eine eigene Layer-Null-Blockchain aufbauen müssen, sondern die Funktionalitäten, die Vorteile von Polkadot nutzen und sich dann einfach mehr auf die spezifischen Use-Cases ihrer eigenen Blockchain konzentrieren können. Diese Parachains müssen sozusagen natürlich mit der Relay-Chain verknüpft werden. Das Ganze findet über sogenannte Auktionen statt, das Schaubild hier oben finde ich eigentlich ganz schön und diese Parachains werden dann sozusagen an die Relay-Chain, die sozusagen das Herzstück hier ist, dran gebunden. Dafür muss man natürlich einen gewissen Geldbetrag bieten. Das wird in solchen Auktionen dann gemacht und dann kriegt man eben einen Slot für seine eigene Parachain, die dann auf aktuell noch zwei Jahre datiert wird. Das Ganze wird sich aber nachher im News-Part auch nochmal etwas verdeutlichen, weil hier soll es auch nochmal kleine Änderungen geben. Aktuell ist das aber eben so der Fall und wenn man dann eben auf so einer Auktion einen Platz gewinnt, kann man eben die Vorteile der Relay-Chain bzw. der Polkadot-Blockchain nutzen und kann seine eigene Blockchain auf Basis von Polkadot erstellen. Da das Ganze schon eine gewisse Einstiegshürde darstellt, gibt es noch die Parathreads. Die sind im Endeffekt eigentlich gleich wie die Parachains, nur mit dem Unterschied, dass man eben nicht diese Einstiegshürde hat, eine Auktion, einen Slot da sozusagen zu erbieten, sondern dass man ein Pay-as-you-go-Modell hat. Das heißt, wenn Daten übertragen werden, dann werden eben auch kostenfällig, sonst aber eben nicht und hat eben nicht solche hohen Einstiegshürden wie diese Auktion, die man für die Parachains aktuell noch benötigt. Und das Letzte sind dann eben die Bridges. Die sind dann eben sozusagen die Schnittstellen von den Parachains oder auch den Parathreads zu anderen Blockchains, wie beispielsweise Ethereum, aber potenziell auch Bitcoin oder sonstigen Blockchains. Denn wie gesagt, Polkadot soll ein Multi-Chain-Projekt werden, was zwar eine eigene Chain hat, aber eben dieses nur unterstützt, um dann die Interoperabilität von verschiedenen Chains zu ermöglichen und auch kleinere Projekte dann eben auf der Polkadot-Blockchain laufen können. Der Konsens-Algorithmus, also wie die Blockchain gesichert ist, ist im Endeffekt einfach nur ein nominiertes Proof-of-Stake. Klingt kompliziert, ist es aber eigentlich nicht. Ethereum läuft ja auch inzwischen auf Proof-of-Stake. Also eigentlich einfach nur, dass es hier noch Nominators gibt, die sozusagen dann Validatoren vorschlagen. Diese Staken, also alle von diesen Entitäten hier staken, währenddessen DOT als Sicherheit, um sozusagen das Netzwerk zu stützen. Die Validatoren sichern im Endeffekt einfach die Relay-Chain, die ja das Herzstück der Polkadot-Blockchain ist und die Relay-Chain, hatten wir ja eben schon gesagt, sichert dann eben auch die Parachains und die Parathreads ab. Die Collators hier sammeln im Endeffekt dann verschiedene einzelne Transaktionen, bündeln die in Pakete, die dann eben von den Validatoren gesichert werden, also die dann eben validiert werden und diese werden dann eben auf die Relay-Chain geschrieben. Ich hoffe, das war eine halbwegs verständliche Kurzübersicht über diesen Konsens-Algorithmus. Im Endeffekt ist es einfach nur ein etwas veränderter Proof-of-Stake-Algorithmus. Was sonst noch sehr interessant ist, ist meiner Meinung nach die Governance-Roles, beziehungsweise wie das Ganze hier funktioniert. Es gibt ja einmal Council-Members, die können im Endeffekt Änderungen vorschlagen oder auch dagegen stimmen, wenn sie der Meinung sind, dass hier irgendwelche Änderungen gefährlich für die Blockchain wären. Und es gibt ein technisches Komitee, diese arbeiten aktiv an Polkadot und können zusammen mit den Council-Members dann sozusagen hier neue Sachen vorschlagen. Diese arbeiten aktiv an Polkadot, können aber auch Emergency-Referendum mit dem Council zusammen dann verabschieden, falls irgendwelche kurzfristigen Sachen schnell geändert werden müssten. Ziel von Polkadot ist ganz klar auch das Trilemma anzugehen. Das nennt man in der Krypto-Szene ganz gerne mal so und das war, ist das die Skalierbarkeit, Sicherheit und Dezentralität von Kryptowährungen beziehungsweise Blockchains. Und im Endeffekt kann man das hier sehr schön wiedererkennen. Die Connecting the Dots ist mehr oder weniger die Skalierbarkeit hier mit der Relay-Chain, in den Power-Chains und so weiter, dass man hier eben wirklich das Ganze immer weiter skalieren kann. Die Consensus-Rolls ist natürlich die Sicherheit ganz klar, dass das hier möglichst sicher abläuft und eben keine falschen Proofs genehmigt werden. Und die Dezentralität ist hier natürlich mit den Governance-Rolls angepeilt, durch das technische Komitee, durch die Council-Members und eben keine zentrale Entität, die hier sozusagen entscheidet, wie Polkadot entwickelt wird. Jetzt würde ich sagen, schauen wir vielleicht einmal ganz kurz ran, was für Wallets überhaupt Polkadot halten können im Endeffekt. Ihr könnt Polkadot mehr oder weniger auf allen normalen Exchanges, auf allen größeren Exchanges kaufen. Wie gesagt, wenn ihr beispielsweise unsere Affiliate-Links in der Videobeschreibung zu unserer Community nutzt, könnt ihr euch ein Account bei Bitcat oder Femex machen und könnt bei beiden Exchanges Polkadot auch kaufen. Könnt es hier auf den aufgelisteten Wallets halten. Auch bei Ledger kann man Polkadot halten. Wie man hier eben schon gesehen hat, ist Polkadot im Endeffekt ja eine Layer-0-Plattform, die einfach nur ein Ecosystem aufbauen soll, wo viele verschiedene Web3-Anwendungen drauf basieren sollen. Deswegen würde ich sagen, schauen wir vielleicht ganz kurz mal in die Decentralized-Apps rein, die auf Polkadot laufen. Da gibt es beispielsweise Landing-Protokolle, Decentralized-Exchanges, Dex, sowie auch Liquidity-Staking, Gaming und NFTs. Also es gibt schon sehr, sehr viele Anwendungen von Polkadot. Was ich hier an der Stelle auch sehr interessant finde, sind die Polkadot-Treasuries. Denn ein kleiner Teil der Gebühren, die normalerweise hier an die Consensus-Roles gehen, also an die Validators, Nominators und so weiter und so fort, geht auch an die Polkadot-Treasuries. Das ist im Endeffekt ein, ja, können wir vielleicht kleinen Fonds nennen, der eben Geld zur Verfügung stellt für Entwickler, die entweder an der Infrastruktur, an der Cross-Chain-Application, an der Security oder auch an sonstigen Apps, Events und sonst was arbeiten. Die werden eben auch aus diesen Treasuries bezahlt. Und das finde ich schon sehr interessant, dass man hier sozusagen wirklich den Schritt weiter geht und sagt, ey, wir wollen wirklich Leute auch unterstützen, die an Polkadot arbeiten. Denn man muss auch ganz klar sagen, dass bei Projekten wie Bitcoin und Ethereum das Ganze teilweise nicht so optimal umgesetzt ist, dass eben die Entwickler auch wirklich dafür entlohnt werden, an den Projekten beziehungsweise an den Blockchains zu arbeiten. Das wird dann teilweise wirklich durch, ja, Spenden oder so nur finanziert, was langfristig gesehen vielleicht eben nicht die beste Lösung ist. So, und jetzt würde ich sagen, kommen wir mal auf die News zu sprechen, und zwar auf Polkadot 2.0. Denn es soll ein umfangreiches Update geben, in dem es eben zugänglicher und kostengünstiger gestaltet werden soll, im Web3-Ökosystem von Polkadot zu entwickeln. Denn wir hatten vorhin ja schon darüber gesprochen, dass diese Parachain-Plätze natürlich limitiert sind und man dann eben darauf bieten muss, so einen Parachain-Platz zu bekommen, was natürlich eine gewisse Einstiegshürde darstellt. Das Ganze soll jetzt umgeändert werden, so dass bei Polkadot 2.0 die Block-Ressourcen anders verteilt werden. Nach dem Update soll es nicht mehr dieses bisherige Leasing-Modell geben, das man eben darauf bietet und dann für zwei Jahre diese Parachain-Plätze bekommt, sondern das Ganze soll eben keinen festen Auktionsmechanismus und keine festen Leasing-Perioden mehr für den Block-Space haben, sondern das Ganze soll jetzt eben flexibel gestaltet werden, es sollen auch mehrere Korts miteinander verbunden werden können und so weiter und so fort, was es eben großen Projekten ermöglichen soll, die gewünschte Leistung zu haben, aber es soll eben halt auch kleineren Projekten ermöglichen, ohne jetzt diese großen Einstiegshürden von zwei Jahres-Leasing-Perioden oder diesen Auktionsmechanismus halt auch kleinere Projekte direkt auf die Relay-Chain zu bekommen. Vielleicht wichtig zu erwähnen ist, dass DOT 2.0 oder Polkadot 2.0 kein neuer Token ist. Das gleiche bleibt beim DOT-Token, das wird auch immer noch der Token sein, den man braucht, um die Parachains zu erwerben. Nur, dass eben die Aufteilung der Erwerb etwas anders geregelt ist. Das Ganze wurde hier auch nochmal von diesem Tweet hier ganz gut dargestellt. Bisher ist es halt eben so, dass man wie gesagt diese ganz klaren festen Zyklen hat, dass man eben diese Parachains erwerben muss für zwei Jahre und das Ganze soll dann eben so hier im zweiten Bild nach diesem Update dann kommen, dass man eben das Ganze aufsplitten kann in größere Teile, kleinere Teile, für kürzere Zeiten, längere Zeiten und das eben flexibler gestalten kann, um wirklich das Ganze dann passend für die eigenen Anwendungen zu gestalten. Wenn Polkadot 2.0 kommt, wird das Ganze wie gesagt dann auch noch einen Burn-Mechanismus bekommen, was die Inflationarität von Polkadot nochmal verringern soll. Das war ja mehr oder weniger einer der größten Kritikpunkte der letzten Jahre von Polkadot, dass es eben keinen festen Maximalbestand gibt, sondern einen flexiblen, auch noch mit einer ziemlich hohen Inflation in den letzten Jahren. Und das Ganze soll dann eben auch nochmal minimiert werden durch das Update von Polkadot 2.0. Hier vielleicht auch zu erwähnen wieder, es ist, dann gibt es nicht plötzlich einen Maximalbestand von Polkadot und es wird deflationär, aber die Inflation soll eben begrenzt werden durch dieses Update. Was hier auch nochmal angedeutet wird, sind nochmal Use Cases für Unternehmen, beispielsweise Sony, Toyota und so weiter sind im Astra Network mit drin. Die Lloyd-Achsel-Springer sind im Kilt-Protokoll drin. Das ermöglicht im Endeffekt vereinfachte Verifizierung von Dokumenten. Vodafone ist dabei, Shell und Volkswagen, Walmart und Home DP beim Origin Trail. Also man sieht schon, dass hier wirklich einige ziemlich große Namen dabei sind, die auch Interesse am Polkadot-Ecosystem sozusagen zeigen, um das wirklich dann auch auf Unternehmensseite zu nutzen, was ja schon mal ein richtig großer Schritt in die richtige Richtung ist. Trotzdem muss man natürlich auch auf kritischer Seite dazu vielleicht nochmal sagen, dass es natürlich schon sehr große Konkurrenzprotokolle gibt, die einen sehr ähnlichen Use Case haben. Beispielsweise wenn wir uns Solana anschauen oder Ethereum geht es hier ja auch mehr oder weniger darum, eine Grundbasis für mögliche Web3-Anwendungen darzustellen. Trotz alledem muss man auch ganz klar wieder sagen, hat natürlich Polkadot einige Vorteile im Vergleich zu diesen anderen Projekten. Die Projekte haben natürlich auch wieder andere Vorteile in anderen Hinsichten. Ethereum ist beispielsweise nochmal ganz schön viel größer vom Ecosystem her. Dafür hat Ethereum deutlich höhere Transaktionsgebühren, was es kleinen Projekten schwer macht. Polkadot hat kleinere Transaktionsgebühren, aber beispielsweise eben noch Hürden mit der Entwicklung, beispielsweise mit diesen Auktions, die wir es bisher hatten. Das Ganze soll jetzt Polkadot 2.0 eben nochmal verbessern. Das heißt für mich aktuell Polkadot ist durchaus interessant, vor allem eben weil wir dieses große Update bald sehen werden, was dann doch nochmal einiges verändern könnte, gerade in Bezug auf diese große Inflation, die wir vorher bei Polkadot hatten. Denn ich muss auch ganz klar sagen, Krypto-Projekte, die eine Inflation von über 10% pro Jahr haben, sind dann doch schon langfristig gesehen eher schwierig. Mit dem neuen Burn-Mechanismus muss man natürlich dann mal schauen, wie sich die Inflation im Polkadot-Token-System entwickelt. Aktuell kann man ganz klar sehen, wir hatten natürlich hier im letzten Bullenmarkt ziemlich schöne Hochs bei Polkadot von knapp 50$, hatten dann jetzt aber auch einen ziemlich starken Abfall, der sich mehr oder weniger auch noch nicht sonderlich stark erholt hat. Wir hängen jetzt gerade hier an der 10-Euro-Marke bei Polkadot, was ein sehr wichtiger Resistance ist, den wir immer wieder hier in der Vergangenheit angetestet haben. Und das wäre für mich jetzt auch der Punkt, wo wir entscheiden, ob wir jetzt eine wirklich größere Kursbewegung potenziell nach oben sehen können, gerade in Bezug darauf, dass jetzt das Polkadot 2.0 Update bald kommen sollte oder eben nicht. Alles steht und fällt für mich hier ganz klar mit dem Polkadot 2.0 Update, wie das von der Community aufgenommen wird und als wie positiv das Ganze angesehen wird. Trotz alledem kann man hier vielleicht nochmal ein bisschen darauf eingehen, wir haben hier einen langfristigen Downtrend gehabt, der so langsam nach unten gegangen ist, sind daraus jetzt ausgebrochen, was erstmal natürlich eine ziemlich positive Entwicklung war. Wir haben auch hier ein tieferes Tief nochmal im Oktober 2023 gesehen, wo die meisten Kryptowährungen schon eine ganze schöne Rallye wieder hingelegt hatten, Polkadot eben noch nicht. Das heißt hier vielleicht jetzt sozusagen die Spätzünder in diesem Bullenmarkt. Was hier jetzt nochmal interessant sein könnte, wäre auch dieses Rising Broadening Wedge. Wir machen vielleicht mal hier mal die andere Linie so ein bisschen aus. Hier kann man erkennen, das ist natürlich ein sehr, sehr motiviertes Price Target, muss man einfach ganz klar sagen. Hier ein sehr steiler Aufstieg. Allerdings haben wir hier ganz klar mehr als drei Touchpoints auf dieser Linie. Das heißt auch die obere Linie hat durchaus Validität. Die untere Linie wurde hier sogar noch deutlich öfter angetestet. Das heißt durchaus ein nicht zu vernachlässigendes Chart-Pattern hier, was theoretisch auch hier nochmal mit uns übereinstimmen könnte bei den knapp 23 Dollar bei Polkadot, was mehr oder weniger ein bisschen mehr als 100% nochmal Gewinn übereinstimmen würde. Da haben wir hier die letzten lokalen Highs gesehen im letzten Bullenmarkt beziehungsweise im Anfang des letzten Bärenmarktes. und potenziell, wenn das Update jetzt hier von Polkadot sehr positiv von der Community angenommen wird beziehungsweise die Community das als sehr positiv ansieht, wenn dieses Update jetzt kommen sollte, könnte ich mir schon vorstellen, dass wir hier das Breakout über die 10 Dollar Marke nachhaltig schaffen und dann uns in den nächsten paar Monaten dann doch hier hoch in die 23 Dollar Range bewegen. Also für mich Polkadot aktuell durchaus ein Altcoin, auf den man mal ein Auge haben sollte. Wir sehen jetzt eben das große Update Polkadot 2.0, was die Inflation von Polkadot deutlich eingrenzen könnte und damit könnte ich mir schon vorstellen, dass wir vielleicht nochmal eine größere Rallye bei Polkadot sehen mit durchaus über 100% Kurspotenzial. Ich hatte mir auch ein paar Dot in mein Portfolio gelegt, weil ich das Ganze aktuell sehr interessant finde und hier durchaus denke, dass man vielleicht nochmal ein paar Gewinne mitnehmen könnte in den kommenden Monaten. Vielleicht gerade, weil die anderen Kryptowährungen ja schon deutlich früher angezogen haben und Polkadot hier nochmal ein bisschen der Nachzügler sein könnte. Wenn ihr dort kaufen wollt, geht gerne mal in die Videobeschreibung, da findet ihr alles, wie ihr das Ganze machen könnt. Sonst, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne mal ein Like und einen Kommentar, das unterstützt uns im YouTube-Algorithmus und wenn ihr ganz neu hier seid, gerne auch natürlich auch den Kanalabonnieren, die Glocke aktivieren. Dann seid ihr, wie gesagt, jeden Tag up to date, was im Cryptospace so los ist. Wir machen hier tägliche Marktupdates, Altcoin-Vorstellungen, alles, was man sonst aus so einem Cryptospace wissen sollte und damit verabschiede ich mich für heute. Ciao, ciao.